Ich lerne Deutsch. Nummer 7333 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich hatte Streit mit meiner Frau und muss jetzt in einem Wickwarm im Kinderzimmer schlafen. Ich hatte Streit mit meiner Frau und muss jetzt in einem Wickwarm im Kinderzimmer schlafen. Das Kaminfeuer wärmt den Raum. Haben wir noch genug Brennholz? Das Kaminfeuer wärmt den Raum. Haben wir noch genug Brennholz? Der Vortrag war gut. Wir haben viel gelernt und applaudieren. Wir konsultieren unseren Arzt online. Wir konsultieren unseren Arzt online. Hast du schon mal Brot gebacken? Es ist einfach und macht Spaß. Hast du schon mal Brot gebacken? Es ist einfach und macht Spaß. Es ist einfach und macht Spaß. Freundschaft im Sport schafft Vertrauen und ermöglicht echte Zusammenarbeit. Freundschaft im Sport schafft Vertrauen und ermöglicht echte Zusammenarbeit. Gemeinsam legen wir die Ziele des Unternehmens fest und diskutieren die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wenn wir die Ziele des Unternehmens feststellen. von uns, wenn wir das, die Ziele des Unternehmens feststellen. Aber ob wir die Ziele des Unternehmens feststellen, denen wir die Ziele des Unternehmens feststellen, den Kanal wird mit einem Schläger des Unternehmens feststellen. Das war es noch nicht, was wir uns hier ansielten. Mein Lieber des Unternehmens feststellen.